Diese Folge wird euch präsentiert von Hire. Die perfekte Jobplattform, wenn es um Recruiting von Sales-Positionen geht. Ganz genau. Hire zeichnet sich durch enorme Geschwindigkeit, faire Preise und sehr detaillierte Sales-Profile der Kandidaten aus. Das Gute dabei ist, diese Infos gehen weit über die normalen Informationen eines Lebenslaufs hinaus. Wenn ihr also auf der Suche nach dem besten Partner für neues Sales-Personal seid, dann klickt auf den Link in den Shownotes und meldet euch direkt bei Hire. Wir sprechen heute mit Stefanie Bibel. Stefanie ist Founder der Growth Mastery und trainiert Startups und Scale-Ups speziell im Dachraum. Über das Thema Training wollen wir heute mit ihr sprechen und heißen dich, liebe Stefanie, ganz herzlich willkommen. Hi! Hallo, hallo! Freue mich, dass ich da bei euch sein darf. Hallo Stefanie, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, auch Aufnahme zu drücken. Ich glaube, wir hatten schon sehr viel Spaß in unserem Vorgespräch, was wir geführt haben. Stefanie, wir wollen mit dir heute über das Thema Enablement sprechen. Wie enable ich mein Sales-Team schnellstmöglich, damit ich skalieren kann? Ich glaube, da bist du der perfekte Gast. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch einmal kurz, wer bist du und was machst du genau? Also, all right. Wie viele Minuten kriege ich dafür? Wir schauen, wie viel wir brauchen. Du kriegst alle Zeit der Welt. Okay, ich hole mal aus. Nein, Spaß beiseite. Also, ich glaube, spannend ist ganz immer, woher ich komme, denn ich bin weder aus dem Sales noch aus der Startup-Szene. Ich bin da auch irgendwie gefühlter Quereinsteiger. Ich war zwölf Jahre in Corporates unterwegs, in sehr namhaften Unternehmen und habe mich in erster Linie um das Marketing gekümmert und war schon, ja, seit jeher habe ich immer gesagt, ich will im Marketing sein. Und für mich war dann natürlich so die Krone, die ich mir dann geholt habe, bei Red Bull im Endeffekt anzufangen und da auch im Produkt-Brand-Management zu sein. Ich glaube, das ist so immer, wo halt jeder so Marketier sagt, da hast du dann alles erreicht. Und ich habe dann festgestellt, dass mich das irgendwie nicht so happy gemacht hat, lustigerweise, wie ich dachte. Und bin dann, ja, durch eine glückliche Fügung in mein erstes Startup rein und habe dort im Sales wirklich durchgestartet. Und man kann auch wirklich sagen, durchgestartet, denn, ja, wir waren, damals hatten wir halt, ich glaube, so eine Millionziger Umsatz. Wir haben dann in zweieinhalb Jahren auf sechs Millionen skaliert. Für Österreich, glaube ich, schon ganz mächtig. Waren dann Marktführer und ja, habe dann auch mein erstes Sales-Team aufgebaut. Ziemlich viel Trial and Error gemacht, die paar Jährchen. So, wie wir es halt klassisch kennen, wenn wir quer einsteigen und, ich sage mal, nicht enabelt werden. Da werden wir sicher auch noch später darauf zu sprechen kommen. Also, das ist auch meine eigene Story. Und ja, die letzten Jahre war ich dann in den verschiedensten Settings wirklich im Sales unterwegs. Also, vom Transactional Sales zum Solution Sales habe ich einmal alles durch. War auch im SaaS unterwegs. Habe mir das auch angesehen. Ob das wirklich so anders ist, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Da fällt mir direkt eine Frage ein, aber ich will nicht unterbrechen. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Und ja, tatsächlich habe ich mich jetzt vor circa, ja, eineinhalb Jahren dann selbstständig gemacht. Auch da können wir gerne darüber reden, denn das war nicht mein Wunsch, aber es ist halt passiert. Und ich bin aber jetzt rückblickend natürlich super happy, dass ich es gemacht habe. Denn tatsächlich widme ich jetzt eben genau diesem Thema, wie können wir Sales-Teams wirklich enablen, erfolgreich zu sein. Denn tatsächlich gibt es ja einige Studien, die uns immer wieder zeigen, dass die meisten ihre Ziele nicht erreichen. Die Fluktuation im Sales ist ziemlich hoch. Das hat natürlich alles seine Gründe. Und da versuche ich gegenzusteuern, indem wir Sales-Know-how in die DACH-Region bringen. Du hast es eben schon angeteasert, mehr oder weniger unfreiwillig bist du in die Selbstständigkeit gegangen. Habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Vielleicht gibst du uns da mal einen kurzen Einblick, wie kommt das? Oder wie ist das gekommen? Ja, das kam daher, dass ich, ich sage es mal so in den letzten paar Jahren des Angestellten-Daseins, ich habe so gefühlt nicht mehr so ein Zuhause gefunden, wo man wirklich sagt, hey, wow, ja, da bin ich committed, da will ich lange bleiben, da sehe ich mich, das sind meine Werte, da kann ich mich ausleben, da werde ich gefördert und gefordert, da kann ich noch auch was lernen. Und diese Kriterien, die habe ich irgendwie nicht mehr getroffen. Und ich habe dann die letzten drei Jahre eigentlich einmal im Jahr den Job gewechselt. Und man kriegt dann schon so langsam die Panik, obwohl ich sehr loyal früher war und viele Jahre bei Microsoft und auch bei Schwarzkopf und Henkel und immer eigentlich war. Aber man hat dann schon diesen Beigeschmack von, uh, das könnte eine Jobhopperin sein. Und das war auch dann tatsächlich so, dass ich dann zum ersten Mal darauf angesprochen wurde, naja, sie haben aber schon öfters Job gewechselt jetzt in den letzten Jahren. Und ich habe mir gesagt, hey, geht es euch eigentlich noch gut? Und ja, damals war es dann wirklich so, ich war bei meinem letzten Arbeitgeber nur vier Monate. Das ist ziemlich, man kann sagen, gegen die Wand gefahren. Ich habe dann das Handtuch geschmissen, weil ich das nicht geschafft habe unter den Bedingungen, die die sich vorgestellt haben, dort zu bleiben. Und habe mir dann halt echt überlegt, okay, suchst du jetzt wieder was, wo du jetzt wieder ein Risiko eingehst, dass es wieder nicht passt? Und dann kam damals eine sehr gute Freundin zu mir und hat gesagt, hey, ich mache mich gerade selbstständig. Das könntest du doch auch machen. Ja, du hast doch eh so viel am Kasten. Und ich habe mir gesagt, oh no, selbstständig habe ich ja gar nicht so am Schirm gehabt. Und ich weiß nicht, ja, ich hatte auch, ich musste mich da erstmal Mindset-technisch überhaupt bewegen, weil ich halt auch immer so rein, ja, ich weiß nicht, gekopft bekommen habe von meinen Eltern, hey, du brauchst einen sicheren Job. Und das hat halt eigentlich immer bedeutet, in einem Angestellten-Dasein zu sein. Und ich kannte das als Selbstständigsein nicht. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich gehe ins Gründerprogramm, weil da wird man über sechs Monate so über dem Wasser gehalten, ja, mit sozusagen ein bisschen Zuschuss. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Challenge accepted, ich probiere das jetzt sechs Monate. Und wenn es nichts ist, kann ich mir ja noch immer einen Job suchen. Irgendwer wird mich schon nehmen. Und ja, im zweiten Monat war ich ausgebucht. Und seitdem läuft es wunderbar. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin voll happy, dass ich durch, ja, eigentlich eine sehr gute Freundin da reingeschubst wurde und mich auch außerhalb meiner Komfortzone bewegt habe. Was ich an deiner Story sehr schön finde ist, und wir begegnen dem ja auch immer wieder im Sales, dass nur weil man einen Job öfters wechselt, ist das keinerlei Indikation für irgendwelche Qualität. Und das super wichtig auch ist, in welchem Umfeld arbeite ich und mit welchen Menschen und kann ich genau in diesem Umfeld meine Stärken halt auch zur Geltung bringen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt gerade nochmal da deine Story. Ja, vor allem auch, muss man auch ganz klar sagen, was hast du halt für einen Manager? Und ich nenne es jetzt mit Absicht Manager, weil die Letzten waren halt jetzt, oder zumindest der Letzte, der das sozusagen fast zum Überlaufen gebracht hat, war definitiv der ausschlaggebende Punkt, warum ich nach vier Monaten das Handtuch geworfen habe. Ansonsten hat schon einiges gepasst, aber es ist wirklich so, und auch das kann man gar nicht zu wenig, finde ich, propagieren, es steht und fällt einfach mit dem Leadership-Thema. Und wenn du oben ein Management hast, die davon einfach keine Ahnung haben, und das haben leider wirklich viel zu viele nicht, und wissen gar nicht, wie man Teams überhaupt erfolgreich macht, und ich möchte gar nicht sagen, dass ich die Person bin hier, die das am besten kann, auf gar keinen Fall. Es ist ein schweres Thema, es ist gar nicht so leicht, Teams zu entwickeln, aber das Minimum, was ich verlange, ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und sich weiterbildet, weil wir lernen alle nicht aus. Und ich glaube, das ist einfach super, super wichtig, auch allen mitzugeben, dass man nicht einfach mal so, ich meine, ihr seid ja auch Vertriebsleiter, man wird halt nicht einfach so zum Vertriebs, zum super Vertriebsleiter, sondern man muss selber dauernd reflektieren, sich weiterentwickeln, auch Leadership-Trainings machen, oder eben auch andere Trainings, um da auch wirklich besser zu werden. Und man kann nicht einfach nur der beste Seller gewesen sein, der halt dann jetzt einfach einen anderen geilen, fancy Titel bekommen hat. Das rennt halt leider viel zu oft so. Leider auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es aus der Vergangenheit was ist, was so mitschwingt jetzt immer noch. Ich glaube, da wird heute viel stärker wieder der Fokus drauf gelegt, dass die Leute auch mit dem Menschen viel besser arbeiten können und wirklich, ich sag mal, Leadership-Qualitäten haben, weil, wie du eben gesagt hast, nur weil es der beste Seller ist, ist es nicht automatisch die beste Führungskraft. Und eine gute Führungskraft hinterfragt sich halt wirklich regelmäßig. Und, also ich kann nur bestätigen, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren, ein Jahr und ein bisschen mehr als ein halbes, bei der Telefonica dabei als Führungskraft. Und wir haben aufgebaut, brutal emotionale Achterbahnfahrt, sowohl positiv als, also ich will gar nicht sagen negativ, aber man hat halt auch Phasen, wo man sich sehr stark selber hinterfragt, so nenne ich es jetzt mal, wo ich aber auch gemerkt habe, dass es gut so, dass es diese Phasen gibt, muss man aber auch erstmal lernen, mit umzugehen. Ja, absolut. Also ich denke auch, dass jeder Leader wahrscheinlich einen Coach an der Seite braucht. Also ich hatte damals auch niemanden und wahrscheinlich mache ich heute genau das, was ich tue, aufgrund meiner eigenen Story, weil wir waren natürlich auch mega erfolgreich. Wir sind Marktführer geworden, wir sind durch die Decke gegangen, der Umsatz ist wirklich, also Sky was the limit, aber die Frage ist halt immer, wie? Und der Fakt war einfach, ich habe drei Jahre durchgearbeitet, ich war die beste Sellerin und gleichzeitig Head of Sales. Ich habe zwei Jobs gemacht am Ende des Tages und da ist auch immer die Frage, geil für die Company, wie schaut es für diesen Menschen eigentlich aus und wie lange geht das gut? Denn irgendwann kommst du auch natürlich ans Limit und klar gab es so Sachen, wie die ersten Kündigungen, egal in welche Richtung, ob von Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, wo die haben mich komplett aus den Latschen gekippt emotional, weil das wird ja auch nicht vorbereitet. Also ich hatte da kein Coaching, der mich mal hingeführt hat oder auch so Situationen, wo du halt Seller in deinem Team hast, die nicht performen und du halt einfach, du kriegst es nicht hin. Du weißt nicht, du zeigst es vielleicht sogar schon vor und das war zum Beispiel einer meiner Knackpunkte. Ich war wahnsinnig gut als Seller, aber ich konnte anderen Sellern damals nicht beibringen, was es ist. Ich wusste es nämlich selber nicht, warum ich so gut war. Und dadurch konnte ich es halt auch niemanden, ich glaube nicht, im Meetings mitgegangen habe gesagt, so mache ich das, mach es jetzt nach. Aber so funktioniert es einfach nicht. Das habe ich aber erst Jahre später kapiert. Aber das sind so Fails, die checkt man gar nicht. Ich habe das damals gar nicht verstanden. Ich habe das erst viele Jahre später verstanden, wie ich gesehen habe, wie das andere machen. Und das ist eigentlich auch so die Gefahr ein bisschen, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass man da vielleicht sogar noch was dazulernen muss. Ich glaube, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Ich muss jetzt innerlich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, wer Robin und mich auch aus dem beruflichen Kontext kennt, der weiß, da haben wir mit Sicherheit sehr viele Parallelen, Stefanie. Also gerade diese, seine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist in der Führung. Es steht niemand neben dir und sagt dir, geh den Weg und es wird der Richtige sein, sondern es ist viel auch Intuition, würde ich sagen, Bauchgefühl ein Stück weit, was auch Kernentscheidungen angeht. Und du hast es vorhin im Vorgespräch, war es glaube ich noch, hast du gesagt, ja, man muss sich auch mal die Hörner abstoßen. Also auch mal die Fehler machen, aus denen man dann bestenfalls lernt. Und das ist glaube ich, der richtige Weg auf dem Weg zur Entwicklung. Jetzt wollen wir heute ja ein Stück weit auch oder vor allen Dingen über das Thema Sales und Training sprechen. Ja. Wir haben uns in der Vorbereitung zusammengesetzt, Robin und ich, und uns ist ein Satz sofort rausgestochen. Ich werde ihn jetzt nochmal zitieren, weil ich ihn so gut finde. Ja. Ihr geht damit raus, dass ihr sagt, wir enablen in nur sechs Wochen dein Sales Team, damit du erfolgreich skalieren kannst. Diese sechs Wochen, das ist ja für ein Training brutal kurz. Wie geht ihr da vor? Was macht ihr anders als vielleicht andere? Boah, es sind mehrere Komponenten. Ich glaube, die erste Komponente, die super wichtig ist, wir sind sehr fokussiert auf On-the-Job. Das heißt, die Seller, die Seller, die wir trainieren, egal jetzt ob SDRs, AEs, deswegen sage ich auch immer Seller, weil wir in mehrere Richtungen gehen, die sind ja schon in ihrer Rolle und die sind jetzt nicht erst seit gestern da, sondern das Wichtigste ist, dass die vor allem natürlich ihr Onboarding durchlaufen haben, die haben vielleicht auch schon das eine oder andere gesehen. Also das ist, ab und zu haben wir natürlich auch welche, die direkt vom Studium in das Startup rein sind, ja, und dann erst seit ein paar Monaten da drinnen, aber die meisten sind schon ein paar Jährchen in dem Metier und dadurch starten die jetzt nicht von Null. Das heißt, die haben ja schon grundlegend sich die Hörner, wie du so schön sagst, auch ein bisschen abgestoßen mit Trial and Error und das war mir auch ganz wichtig, dass wir das machen, das total, ich sage mal, praxisorientiert ist und nicht blanke Theorie, weil das Wissen, das haben wir ja alle, das habt ihr, das habt ich, wir wissen, wie sehr es funktioniert. Wir haben hunderte Bücher, die uns zur Verfügung stellen, tausende Podcasts, YouTube, ich schieße mich tot, es gibt, ich meine, Wissen ist zugänglich. Das ist nicht unser Problem. Das Wissen anwendbar zu machen, das ist die Herausforderung und auf das habe ich mich fokussiert. Das heißt, einerseits habe ich wirklich über Monate hinweg mich mit dem Thema Lernmethodik beschäftigt und noch mit sehr vielen Lernexperten gesprochen, also wirklich von unserem Schulsystem, was gar nicht übrigens so blöd ist, wie man oftmals sagt, also von der Art, wie wir lernen, aber auch bis zu eben neumodernen Methoden, wie wir heute vermitteln, also zum Beispiel auch Kurse oder wie wir halt Wissen vermittelt kriegen und dann habe ich mir auch angeschaut, was davon ist wirklich effektiv und was ist nicht effektiv und was zum Beispiel nicht effektiv ist, das wissen wir auch seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon, sind diese Zwei-Tages-Workshops, die wir immer wieder im Sales sehen. Aber dieses Wissen verpufft, da gibt es von Gartner eine Studie, die auch, ich weiß jetzt, die Zahl gar nicht auswendig, aber ich glaube 15% Wissen bleibt über nach so einem Zwei-Tages-Workshop, was einfach traurig ist, weil einfach viel Zeit drauf geht und wenig übrig ist. Also habe ich schon gesagt, okay, das ist es nicht. Und dann habe ich mir eben angeschaut, okay, Kurse, Self-Education, Abbruchraten 90%, auch nicht so geil. Das heißt, was brauchen die Leute? Die brauchen einen liebevollen Arschtritt, wie ich immer sage und das auf regelmäßiger Phase ist und das natürlich vermittelt, und da habe ich mich ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip auch orientiert, nach dieser 80-20-Regel. Ich habe mir wirklich überlegt, was sind die fundamentalen Dinge, die Seller verstehen müssen, damit sie den maximalen Outcome haben. Und natürlich könnte ich ein Jahr lang über Sales ein Programm machen, wäre auch gegangen. Das druckt halt nur auch keiner durch und schon gar nicht in der Startup-Szene, weil da haben wir nicht so viel Zeit. Also war für mich klar, ich muss einen wirklich effektiven Weg finden, Wissen anwendbar gleich zu machen. Das heißt, wir setzen da ganz stark auf Live-Trainings, mehrmals die Woche, damit wir wirklich live gemeinsam trainieren, on the job. Das heißt, jeder kommt mit seinen echten Cases und jetzt auch nicht mit irgendwelchen, ich mache keine Rollenspiele, so theoretische Rollenspiele. Ich halte davon noch ehrlich nicht viel im Sales, aber das sollte jeder bitte machen, wie er glaubt. Und am Ende des Tages habe ich mich dann fokussiert, dass wir wirklich ein Sales-Playbook erarbeiten. Und genau so schaffe ich das in dieser Kombination. Das heißt, dass, ich sage jetzt mal, das Core-Wissen, das wirklich in Live-Trainings, on the job und dann auch noch eben ein Sales-Playbook, das gemeinsam erarbeitet wird in sechs Wochen, führt das jetzt dazu, ich sage jetzt mal, dass der jetzt fertig ist. Nein, sicher nicht, weil wir wissen alle und ihr werdet das jetzt sicher auch bestätigen, man ist im Sales nie fertig. Also das gibt es gar nicht, aber kommen die auf ein ganz anderes Level? Auf jeden Fall. Also das ist auch das Feedback, was wir einfach sehen, dass die Lernmethode einen wahnsinnigen Unterschied macht in dem, wie sie lernen, was sie lernen und wie anwendbar dieses Wissen einfach sofort ist. Also heißt es, dass diese Lernmethode jetzt gerade so on the job und wirklich reelle Cases die effektivste eigentlich auch in der Form ist? Zumindest das effektivste, was ich aktuell gefunden habe und auch vor allem diese Iteration. Also ich gebe ein Beispiel, wir hatten zum Beispiel einen Seller, der ist reingegangen und hat gesagt, ja, ich kriege einfach die Entscheider nicht gleich in den ersten oder zweiten Termin. Ich brauche einfach wahnsinnig lange. Habe ich gesagt, okay, pass auf, schau, ich gebe dir jetzt eine Sales-Technik an die Hand, wie du das machst. Dann habe ich ihm das einmal durcherklärt, habe geschaut, ob er das nehmen kann und er so, ja, okay, passt, er probiert das aus. In der Woche drauf war er schon drin und hat gesagt, geil, zwei neue Termine inklusive Entscheider. Und das meine ich, ja, also durch diese Iteration und den Leuten halt auch gleich wirklich in dem Problem, was sie jetzt haben, zu helfen und sechs Wochen sind dann schon eigentlich ein langer Weg, wo du im Sales eigentlich viel machst und viel hast, da kannst du eigentlich die ganze Zeit mit deinen Sorgen und Problemen kommen und ich finde eigentlich, also bis dato habe ich immer eine Lösung gefunden und wenn nicht, wusste ich jemanden, der dann eine Lösung findet für das Problem. Aber tatsächlich ist das so, durch diese Iteration und iteratives Lernen über mehrere Wochen hinweg funktioniert das tatsächlich sehr gut, dass wir auch a. ins Langzeitgedächtnis kommen damit, so wie wir es aufgebaut haben und b. wir uns halt auch wirklich auf diese elementaren Bestandteile fokussieren. Du hattest jetzt eben mehrmals schon angesprochen, dass ihr ein Playbook ausarbeitet. und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele darüber nachdenken, ein Playbook zu erstellen, aber die wenigsten, ich glaube, wirklich ein Sales Playbook an der Hand haben für ihren Sales. Ja. Vielleicht gibst du da mal kurz einen Exkurs. Was ist dein Verständnis überhaupt erstmal von einem Sales Playbook? Was sollte da überhaupt drinstehen und warum ist das so essentiell wichtig? Hm. Also, um deine erste Frage zu beantworten, was sollte da drinstehen? Es fängt bei mir auf jeden Fall immer mit den Fundamentals an. Das heißt, wo wir starten, ist immer der Kunde. Das heißt, wir nennen das ja im Startup das Ideal Customer Profile, wo wir wirklich tief reinarbeiten und da scheitert es ja schon meistens, weil wir haben sehr oberflächliche ICPs und wenn ich dann eben so reinfrage, ja okay, wo ist dieser Kunde? Wo bewegt sich der? Was konsumiert der? Wann erreichst du den am besten? Über welchen Channel? Da kommt immer so ein großes Fragezeichen. Und da fangen wir schon mal an. Das heißt, im Playbook für mich sind die Fundamentals abgebildet. Das fängt an beim ICP, bei den Benefits natürlich des Produktes und nicht nur bei den Features, weil das ist auch das, wo mir die Leute viel zu viel auf die Features fokussieren, geht dann natürlich weiter eben Differenzierung, Value Proposition, ja. Solche Dinge, finde ich, muss auch ein Seller wissen und das ist nicht die Aufgabe von Marketing. Also sehe ich halt auch so oft, naja, das macht doch Marketing, ja, Value Proposition, Battle Cards, nee. Also das musst du schon selber beherrschen oder auch nicht nur der Head of Sales, sage ich jetzt mal, macht das. und dann gehen wir halt je nach, also es kommt immer auf die Rolle drauf an, weil die Playbooks sind ja unterschiedlich, aber prinzipiell, wenn wir dann eher Richtung SDRs denken, sind dann halt natürlich alle Plays und Frameworks drinnen hinsichtlich, okay, Cold Calling und das, was wir natürlich machen, wir geben allen unseren Teilnehmern natürlich die fertigen Frameworks von uns an die Hand, damit sie nicht vom Scratch anfangen, aber sie arbeiten dahingehend ihre Scripts dann drauf. Das heißt, sie haben mal prinzipiell ein Framework, ein Blueprint und erarbeiten dann ihres, ja, um dann nochmal zu challengen. Das heißt, da gehören eben die ganzen Scripten rein, was ja zum Beispiel bei Prospecting wichtig ist, ein Discovery Framework, anhand dessen sie sich durcharbeiten, bis hin natürlich zu ihren Tools und ich sage auch mal, wir machen so viele Reflektionen, wie sie ihre Produktivität steigern können, damit sie da auch mal ihren Alltag beobachten und da eben auch Tipps und Tricks anwenden. Das heißt, am Ende des Tages finde ich gehört in einem Playbook auf jeden Fall. Das Fundament, auf dem basierend ich überhaupt arbeite, dann natürlich, ich sage jetzt mal, die ganzen strukturellen Themen, dann die prozessualen Themen, die Plays und wie ich da vorgehe. Bei Head of Sales ist das natürlich ein bisschen anders. Da haben wir dann natürlich auch so Themen drinnen, eben wie Recruite ich ein Team, Career Development Pläne, das ist nochmal ein anderer Twist im Playbook. Aber ja, ich glaube, das ist so mal das Fundament, was ich darunter verstehe und ich glaube, was da einfach wichtig ist, wenn man das nicht hat, weil das ist eine gute Frage, brauche ich das überhaupt? Also ich würde immer sagen, ja, ich hatte es früher auch nicht, aber jetzt, bei jedem Startup und Scale-Up, mit dem ich arbeite, ist das das Erste, was wir machen. Warum? erstens zwingt es dich auch wirklich in diese Themen einzutauchen und die durchzuarbeiten, zumindest einmal, auch wenn jemand sagt, ja, ja, das ICB haben wir eh schon dreimal gemacht. Ja, wandten. Und wie tief ist es wirklich gegangen? Und was ist dabei hängen blieben? Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat oder auch zum Beispiel den Pitch, das sind alles Dinge, ja, die kann man immer wieder angehen. Das hört auch nie auf. Und was ich halt finde, gerade beim Thema Prospecting, ja, ich sehe so viele SDRs, die immer vom Scratch anfangen, wenn sie im Unternehmen kommen, wo ich immer mir denke, hä, wieso gibt es da kein Playbook, wo schon immer das best-performance-descript drinnen ist, damit der nicht, weiß ich nicht, fünf Monate Trial and Error machen muss, der oder die Arme, ja, wo ich mir denke, total unnötig, dass man Menschen, die eigentlich frisch dabei sind, hochmotiviert sind, gleich mal so frustriert und da eigentlich dafür sorgt, dass eben diese Fluktuation hoch bleibt, ja, weil wenn ich denjenigen nicht schnell erfolgreich mache, dann überlegt er sich wieder zu gehen oder man trennt sich halt wieder und das ist halt so ein Teufelskreis, finde ich, ja, wo wir enorm viel Talente verbrennen. Deswegen, ich glaube, das Sales Playbook kann da extremst gegensteuern, indem ich ein Erfolgsrezept jemandem an die Hand gebe und sage, hey, schau, wenn du das so machst, ja, da ist das ICP, da sind die Studien, da kannst du dein Market Knowledge aufarbeiten, da kannst du jetzt dann eben mal dein ganzes fundamentales Wissen, dann hast du da die Plays, wie wir es jetzt machen, probier es mal aus und wenn du dann noch super Input hast und das sogar noch toppen kannst, voll geil, dann nehmen wir deines als das beste Script rein, ja, aber ich finde es halt so schade, dass wir da eigentlich gefühlt immer so vom Scratch irgendwo anfangen und das verhindert halt dein Playbook, ja, dass du nicht so viel Zeit verlierst und nicht so viele Monate auf der Straße lässt. Ich glaube, wichtig dabei ist auch, dass man sich an diesem, ja, an der Theorie nicht zu sehr festhält, so nenne ich es mal, sondern dass man auch immer so ein bisschen Spielraum hat, hey, ich probiere mal was aus, was nirgendwo vorher niedergeschrieben ist, wo, was vielleicht in keiner, in keiner Regel drin steht, sondern ich mache einfach mal was anderes, vielleicht passt das besser zu mir und dann kann ich es mir immer noch hinterher in meinem Buch schreiben, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man auch nochmal sagt, hey, es geht vielleicht nicht ohne, aber es ist nicht so, dass man sich jetzt stur dran halten muss und es ist noch eine andere Sache aufgefallen in der Vorbereitung und zwar sagst du ja das und wir haben auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du sagst relativ offensiv, hey, der Sales, der Vertrieb im Dachraum, der ist einfach sehr speziell. Da bist du im Video auf deiner Homepage drauf eingegangen, wir haben wie gesagt vorhin drüber gesprochen, hol uns vielleicht nochmal ab, warum ist das aus deiner Sicht so und worauf kommt es besonders im Dachraum beim Coaching dann auch an? Also, tatsächlich finde ich uns schon sehr speziell im Dachraum, also es fängt natürlich auch schon bei unserer Sprache an und wenn ich jetzt zum Beispiel von internationalen Startups auf Englisch angesprochen werde, weil sie sich deutschsprachig noch nicht leisten und nehmen wir mal an, keiner von uns ist unique heute, also ich kenne ganz wenige Startups, die unique sind, deine Competition spricht dich auf Deutsch an, im deutschsprachigen Markt, dann weiß ich schon, wer den Termin bekommt. Nehmen wir mal an, sie wären equally gut in der Ansprache, dann würden wir auf das deutschsprachige mehr reflektieren. Also das fangt ja schon mal eben mit unserer Sprache an. Es geht weiter mit unserer Kultur und ich finde es immer so witzig und deswegen sage ich auch immer, bitte nehmt jeden Tipp der Welt an, probiert es aus, aber seid halt vorsichtig mit US oder UK, weil der USler ruft halt einfach mal an und sagt, hey, what's up, how are you? Na, mach das mal auf Deutsch. Servus, wie geht's da? Alles leihbar. Was willst du? Aufgelegt. Genau, that's the point. Also ich meine, ja, wir sind eh auch total offen manchmal, aber es kommt halt auch immer darauf an, welche Zielgruppe du wahrscheinlich anrufst. Aber ich kann es mir einfach auf C-Level in großen Enterprise Companies nicht vorstellen, dass du so durchkommst. und ich glaube, gerade im Prospecting ist es ein enormer Unterschied, wie du vorgehst. Es fängt auch schon an bei, ja, DSGVO-Themen natürlich, ja, auch da sind wir natürlich anders, ja, und es ist schwieriger durchzukommen. Es geht weiter bei unseren Security-Barrieren, die wir haben, dass wenn wir zum Beispiel jetzt Video-Prospecting machen, erstmal gleich mal bei Corporates rausgeschmissen werden, weil die dürfen gar keine Links anklicken oder wir kommen schon mal prinzipiell im Spam, wenn du einen Link im E-Mail hast. Das sind alles Sachen, wenn man die nicht weiß und wenn man den Dachmarkt nicht versteht, dann wird man es halt sehr schwer haben. Das geht aber auch natürlich vice versa in andere Richtungen. Also wir haben auch, also ich war jahrelang im Dachmarkt, ich bin jetzt nicht so im internationalen, in die andere Richtung zu Hause, aber was ich tatsächlich in meinen letzten Skill-Ups viel am Schirm hatte, war UK. Und da kommst du halt aus Österreich auch nicht rein, also Englisch können wir zwar, aber probier doch mal mit einer österreichischen Nummer nach UK anzurufen, da kannst du die Zähne ausbeißen, da ruft dich auch nie, definitiv niemand zurück, weil die UK ist, die ticken auch nochmal ganz anders, wenn du da in diesen Markt rein willst. Du musst halt Minimum ein Office dort haben und einen Native Speaker am besten und dann hat er auch noch die UK-Nummer natürlich. Also klar, jeder Markt ist genick, Dach ist definitiv anders für mich. Ja, ich glaube aber auch, dass nicht nur Dach anders ist, sondern wir zum Beispiel, ich bin jetzt kein Experte, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland sind wir auch, was die Bundesländer beziehungsweise die Region angeht, auch ganz schön unterschiedlich. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel als Ost-Westfale relativ trocken, sagt man uns nach, in München anrufe, so moin, so und so oder ich als Münchner wirklich auch servus, also selbst da hast du ja regionale Unterschiede. Absolut, ja voll und ich bin voll bei dir, also das ist eh schon auf einer ganz Mikro-Ebene auch sehr gut getroffen, aber ich gebe auch ein Beispiel, ich als Österreicherin habe den Schweizer- und Deutschlandmarkt auch mitgemacht natürlich und das ist auch ganz interessant, ich hatte in meinem Team natürlich auch dann Deutsche, natürlich, ja, die auch Teil meines Teams waren und das ist ganz lustig, wer in welches Land anruft, ist komplett unterschiedlich, weil unser Österreicher Akzent, ja, die Schweizer mögen uns auf jeden Fall mehr als die Deutschen, so viel kann ich schon mal verraten, das heißt, wir haben natürlich in die Schweiz irgendwann rausgefunden, dass wir lieber quasi mich anrufen lassen als in dem deutschen Kollegen, weil das einfach nicht so gut ankommt, ja, und dieser Wiener Charme, vielleicht weiß ich nicht, der hat man mir zumindest damals nachgesagt, den haben halt die Schweizer ganz attraktiv gefunden und in die andere Richtung zum Beispiel, also, ja, das ist ganz fantastisch gewesen, also auch innerhalb nur dieser drei Länder, ja, wie es unterschiedlich nicht sein kann und wie du da auch taktisch vorgehen musst, ja, weil so wie du auch sagst, Münchner und Österreich, die zum Beispiel korrelieren echt gut, aber in Norden zum Beispiel habe ich lieber meinen lieben deutschen Kollegen anrufen lassen, weil das hat dort einfach besser gleich gematcht, ja, ja, also bin ich voll bei dir und genau das muss man halt aber auch sich zugunsten machen, ja, und ich zum Beispiel, ich versuche auch mich natürlich, ich versuche zu spiegeln und mich anzupassen und wenn halt jetzt jemand Hochdeutsch spricht, ja, dann versuche ich auch eher Hochdeutsch zu sprechen, aber wenn ihr jemanden live und ist, dann habe ich auch ein bisschen mehr Aktein, also das geht halt auch vom Biss mittlerweile, aber ich finde, das gehört halt auch so zum Seels dazu, sich dem anderen da auch ein bisschen, ja, zu nähern. Stefanie, um wieder an das Thema auch Coaching einzusteigen, was mich nochmal interessiert ist, wie wähle ich überhaupt als Unternehmen die richtigen Coaching-Maßnahmen aus, weil ich meine, ihr habt ja ein Programm, was jetzt sechs Wochen lang zum Beispiel geht, ich weiß nicht, inwiefern ist das zum Beispiel standardisiert oder inwiefern ist das auch noch ein individueller Touch bei, wie kann ich als Unternehmen auch sicherstellen, dass ich die richtigen Maßnahmen treffe, um mein Sales-Team auch letztendlich dahin zu führen, wo ich Sinn haben will, nämlich zum Erfolg. Also ich würde da jetzt mal mein Training komplett rauslassen und ein bisschen auf den Aspekt fokussieren, wo du sagst, okay, wie kann ich das als Unternehmen eigentlich machen, mit welchem Vehikel nehme ich mir zur Hand, um mein Sales-Team zu formen und ich glaube, das Wichtige ist, dass man auch prinzipiell den Unterschied zwischen diesen verschiedensten Mitteln versteht, weil Coaching per se, deswegen finde ich immer ganz spannend die Frage, ich bin ja kein Coach, sondern ich bin ein Trainer und was ist der Unterschied? Ein Coach führt dich durch Fragetechniken zur Lösung, aber du bestimmst die Lösung. Das heißt, es ist deine Entscheidung und ich führe dich nur durch Fragetechniken dahin. Und es erfolgt keine Wissensvermittlung, ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig. Ah, okay. Jetzt wird mir selber mal der, okay. Ja, ich weiß, war für mich auch sehr spannend. Da hat Björn, der bei euch auch zu Gast war, mir diesen Aha-Moment mal gegeben und ich wusste es auch nicht, weil wir verwenden diese Wörter einfach so, als ob es normal wäre, aber tatsächlich verbirgt sich dahinter schon nochmal eine ganz andere Mechanik. Im Training mache ich Wissensvermittlung und versuche, dir eigentlich eine Lösung zu geben, die du sofort anwenden kannst. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, zumindest jetzt für mich, für mein Business auf Training zu setzen. Warum? Ich kann es mir jetzt nicht erlauben, ewig Seller zu interviewen und versuchen mit Fragetechniken zur Lösung zu führen, weil da würde das Startup sich dumm und dämlich zahlen. Und das heißt, das funktioniert nicht. Deswegen habe ich auch beschlossen, es macht einfach mehr Sinn jetzt für mein Business, einmal auf Training zu setzen. Wenn ich jetzt aber ein Team habe und wirklich mein Team entablen will, gehört für mich natürlich weitaus mehr dazu. Und ich bin ja selbst noch interimistisch in Head of Sales Rollen, nur noch bis Ende des Jahres. Aber dahingehend, glaube ich, ist es eine Kombination aus natürlich auch Coaching in den One-on-Wones, aber das darf ich auch immer nur eigentlich mit der Erlaubnis meines Gegenübers. Das ist nichts, was ich einfach mal so machen darf. Das hat ja auch etwas damit zu tun, das ist ja auch etwas sehr Intimes eigentlich, jemanden zu coachen. Und ich denke, aber im Daily Business brauche ich vor allem Training. Also, weil Coaching ist für mich schon eher auf einer persönlichen Ebene, Training ist halt eher auf Skill-Ebene. Und die Skills tatsächlich sind ja auch das, was uns im Sales massiv weiterbringt. Ja, wenn wir dann, ich sage jetzt mal, auch Gaps identifizieren, wo wir einfach wissen, hey, ich bin in dem und dem Bereich vielleicht jetzt noch nicht so gut, dass wir dann natürlich auf dem aufsetzen und das trainieren. Weil tatsächlich, also so sehe ich es zum Beispiel mittlerweile auf jeden Fall, sehe es, es ist ein Teamsport, ja, gehören auch viele Teamplayer dazu, aber du musst im Endeffekt die Sachen trainieren, damit du dann am Feld ja auch wirklich performen kannst. Und ich kenne einige Seller, die können gewisse Dinge, also zum Beispiel Deal-Closing, ja, von so sechsstelligen Deals, das machst du halt nicht jeden Tag. Aber deswegen musst du diese Dinge natürlich auch trainieren, weil wenn du dann soweit bist und du kannst dann nicht mit einem Einkäufer verhandeln, weil du es halt nur fünfmal im Jahr machst, dann hast du halt echt ein Problem. Und irgendwer hat mir mal eine Studie mitgegeben, dass man einen Skill, ich glaube, über 60 Mal trainieren muss, bis du ihn beherrscht oder so. Und jetzt überleg mal, wenn du nur fünfmal im Jahr solche Deals closed in dieser Deal-Size, dann kannst du das gar nicht üben, du kannst nicht dorthin kommen. Das heißt tatsächlich, würde ich immer sagen, Training ist ein Must-Hack. Coaching auch natürlich, weil du musst deine Leute auch auf persönlicher Ebene weiterentwickeln. Aber tatsächlich ist für mich Training ein Grundtool, das zu einem Sales-Team dazugehört. Das gehört die ganze Zeit, entwickelt neue Impulse rein und das ist natürlich ein Heavy-Job. Und dahingehend lagern das halt viele an mich aus und sagen, hey Steffi, nimm mir mal mein Team für sechs Wochen ab und trainier du die mal. Dann kriegen die auch mal neue Impulse von einer anderen Richtung, einem anderen Trainer. Und ich glaube, das ist auch das, was ich vielen Unternehmen raten würde, muss jetzt nicht mein Training sein, es gibt ja ganz viele, die da was anbieten, einfach wirklich auch externe Impulse sich zu holen, dass man eben verschiedene Sachen trainiert, verschiedene Sichtweisen kriegt, weil das ist ja tatsächlich das, was uns im Sales so massiv bereichert, dass so viele Leute so viele Dinge ausprobiert haben mit Trial and Error und irgendwann draufkommen sind, wie es halt funktioniert. Und ich glaube, da steckt halt viel Magie drin, was ich halt auch super stark finde, sind halt schon noch Mindset Talks, das habe ich auch in meinen Trainings teilweise drinnen, denn was ich immer wieder merke ist, wir haben so viele Glaubenssätze, die verhindern, dass wir eigentlich erfolgreich sind und das liegt gar nicht an dem Kunden gegenüber, sondern es liegt an uns selbst. Das sind zum Beispiel so Glaubenssätze wie, ja, die Deals brauchen halt bei uns acht Monate. Soll ich immer wirklich? Soll ich dir beweisen, dass ich es in der Hälfte der Zeit schaffe, den Deal zu closeen? Wer sagt das denn? Also wer hat denn gesagt, dass es acht Monate dauert? Vor allem ist es halt auch immer so, meiner Meinung nach, von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also du musst es auch immer wieder aufs Neue probieren, den Sales Cycle zum Beispiel in dem Case jetzt so kurz wie möglich zu halten. Also schon dieses Annahmentreffen ist der größte Tod des Vertriebs. Absolut. Ich kenne, bei uns gibt es häufig dann den Satz, ja, freitags brauche ich keine Telefonakquise machen, weil da sind alle am Wochenende. Montag sind alle noch im Wochenende, Mittwoch haben alle Bergfest, ja, also kannst du halt, ich habe schon die besten Deals kurz vorm Wochenende geplost, also. Ja, oder Montag in der Früh kann ich niemanden anrufen, das sind alle in Terminen, was auch immer, ja. Also es gibt so viele Glaubenssätze, die wir irgendwie uns ja auferlegt haben und die versuche ich zum Beispiel auch im Training aufzubrechen, aber das sehe ich auch ganz stark bei Head of Sales, bei Sales Leadern, die im Endeffekt auch mit ihren Teams regelmäßig Mindset Talks machen sollten und da natürlich jegliche Form des Trainings klar in alle Richtungen. Ja, und ich glaube, eine gute Führungskraft, ich hoffe, du stimmst mir zu, aber eine gute Führungskraft muss einfach auch erkennen, welches Training passt jetzt in diesem Moment, also du kannst halt nicht mit der Gießkanne hingehen und sagen, wir machen zu wenig Umsatz, ich buche jetzt irgendein Training und dann ist es nach sechs Wochen, acht Wochen, drei Monaten, wie auch immer besser. Ja, ja, absolut, absolut, Also ich habe den Fehler auch am Anfang gemacht, dass ich alle in meinem Team gleich behandelt habe, das heißt, die hatten dieselben Ziele, sie haben dieselbe Behandlung bekommen sozusagen in ihren One-on-Wans, wenn man das so sagen mag, sie sind im selben Stil geführt worden. Ich wusste es ja auch nicht besser, ja, und tatsächlich habe ich dann auch erst über die Jahre gelernt, dass ja jeder Mensch total individuell ist, jeder hat andere Stärken, Schwächen, jeder hat andere Interessen und will sich woanders hin entwickeln und deswegen ist diese Stelle Head of Sales für mich auch noch immer einfach purer Wahnsinn, ja, wenn, es ist einfach wirklich wie ein Wunder, wenn du das hinkriegst, muss ich ehrlich sagen, vor allem, wenn du viele in deinem Team hast, die du jetzt auch wirklich führen musst, weil du musst eigentlich auf jeden individuell eingehen, du musst für jeden da sein, du bist eigentlich mehr Psychiater oftmals, ja, als jetzt wirklich irgendwas anderes, also ich höre mich sehr oft als Psychiater zumindest gefühlt und der eine geht, warum auch immer, ja, dann der nächste kommt, dann bist du wieder im Onboarding, bist du wieder im Recruiting-Prozess, ja, eigentlich kannst du dich wieder nicht auf die Strategie fokussieren, also es passiert so viel als Head of Sales und dann sollst du natürlich auch noch tolle Trainings machen und dein Team toll entwickeln, also wir verlangen von der Rolle halt schon echt, echt viel und ich glaube, man muss auch wirklich viel mitbringen, um der gerecht zu werden, das definitiv. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, gerade dieses Thema, also A, wo sehe ich mich selber und welchen Anspruch habe ich an mich, weil viele haben den Anspruch, alles können zu wollen, also ich will, ich will der Trainer sein, ich will der Coach sein, ich will aber gleichzeitig die Strategie mitfahren und Fakt ist, das kannst du halt vielleicht am Anfang, aber niemals in einer guten Qualität über einen längeren Zeitraum und da muss man meiner Meinung nach auch den richtigen Zeitpunkt erwischen, zu sagen, okay, ich richte meinen Fokus jetzt genau in die Themen, die ich sehr, sehr gut kann und hole die Faktoren rein, wie zum Beispiel einen Trainer von extern, die mein Team noch besser machen, die ich vielleicht in der Form nicht, weil ich meine, dafür gibt es ja Trainer, also dafür gibt es Trainer. Ja, absolut, bin ich voll bei dir, also ich würde auch versuchen, dort irgendwo meine Stärken zu stärken und auszuspielen und nicht alles wirklich immer zu 100%, es geht sich eh nicht aus, also ich kenne keinen Head of Seals, der das schafft und ich kenne wirklich viele, auch viele, die in unserem Programm sind und die sich auch immer denken, puh, ganz schön viel hier, was wir da so an Input kriegen und was eigentlich so unser Job ist und an was wir eigentlich arbeiten müssen und ich sehe dann auch immer, it's never gonna be perfect, ja, und fokussiert euch auf die wirklich wichtigen Dinge, die jetzt wichtig sind und das kommt auch wahnsinnig darauf an, wo das Startup, Scale Up steht, ja, also wir haben ja auch von bis, ja, von Early Stage bis Series E bei uns in den Programmen und das ist natürlich auch komplett unterschiedlich, welche Seller du da suchst, ja, und welche, ich sag mal, Seller du dir auch leisten kannst, ja, auch das ist zum Beispiel manchmal leider eine Komponente und die traurige Wahrheit, ja, dass man halt eben sehr juniere Leute einstellen muss, wenn man nicht anders kann, aber dann ist es umso wichtiger, dass man sie halt zum Fliegen bringt. Ne, was mir da aber noch einfällt, du sagst eben gerade dieses Thema, kann ich mir die Seller leisten, die ich überhaupt haben will, ne, wie oft, mal eine Frage an dich, wie oft siehst du es, da draußen, dass Erwartungshaltung versus dem, was reell eigentlich passieren kann beziehungsweise passiert, ja, sehr, sehr stark auseinander geht. Ei, 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 also ich glaube, die Gründer, mit denen ich mich unterhalte, also es ist vielleicht auch eine verschobene Wahrnehmung, die kommen natürlich zu mir, weil sie nicht happy sind, ja, und es sind viele, es sind sehr viele. Und tatsächlich sage ich Ihnen aber auch oft das Gleiche, weil die meisten Gründer kommen ja nicht aus dem Sales, that's a matter of fact, ja, also sie haben Sales nicht gelernt und sie können dadurch natürlich auch Sales schwer nachvollziehen, also sie können zum Beispiel auch nicht die richtigen Seller recruiten, wie denn auch, wie sollen sie einen Seller bewerten können, wenn sie nicht wissen, was dieser Job mit sich bringt, das ist schon mal für mich der erste Mismatch, warum es von der Natur der Sache schon aus nicht funktionieren kann. Das wäre so, ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Coding, das wäre so, als ob ich jetzt einen Developer suchen würde. Na, viel Spaß. Das kann nicht, ja, das kann nicht funktionieren, das ist nicht möglich. Ich kann keinen Developer aussuchen und bewerten, welche ist jetzt von denen besser. und die haben ja auch so ihre Tricks, genauso wie wir Seller unsere Tricks haben, uns gut zu verkaufen. Das wäre bei Developer genauso, der kann das auch so ein bisschen, wahrscheinlich für mich, für einen Laien, kann der das sicherlich gut rausarbeiten und verkaufen, dass er jetzt der Oberchecker ist. Und das finde ich schon mal so schwierig. Das heißt, da tun sich die meisten Gründer schwer und natürlich klafft dann die Reality auseinander, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Oh, da hatte ich doch super verkauft. Und ich glaube, das war so ziemlich jedem Gründer mal passiert und mir auch ehrlicherweise passiert ist, also nehme ich da gar nicht raus, sind Seller, die sich als Senior positionieren, wo du ein Senior-Gehalt dann auch zahlst und du dann eigentlich irgendwann zwischendrin draufkommst, der ist gar kein Senior. Ist kein Senior, hat nichts mit Senior zu tun. Und das ist aber die größte Krux, warum diese Person hast du Senior eingestellt und die sieht sich so. Und du kannst jetzt natürlich nicht hingehen und sagen, sorry, du bist nicht Senior, ich hole dich jetzt mal runter von deinem Treppchen. Du bist übrigens ein Junior und wir nehmen dir jetzt auch noch ein bisschen Gehalt weg, weil so viel zahlen wir dir nicht. Das geht nicht, das macht doch niemand. Das heißt, was passiert automatisch? Du schmeißt ihn irgendwann raus, weil er nicht performt. Weißt du, was das Problem auch noch ist? Wenn du noch mehr Seller hast in deinem Unternehmen, benchmarken die sich nämlich gegen den Senior und du wertest komplett die Stelle ab und kannst eigentlich deine Hierarchien, die du irgendwann mal implementiert hast oder wolltest, vergessen. Absolut. Und du bringst halt enorm viel Unruhe rein. Also ich hatte auch mal in meinem Team, das ich übernommen habe damals in einem Startup, da hatte ich auch, da kam halt so ein Super Senior, der wurde halt hochge... Da kommt jetzt jemand. Ja, der kommt jetzt. Dann hat der nichts drauf gehabt. Dann ist natürlich Halligalli gewesen. Also Kultur... Kulturell ist das ein Oberschock, weil die fangen dann an, sich intern natürlich so, ja, na bitte, der kann ja gar nichts, aber der kriegt ja viel mehr als ich. Und dann geht es halt richtig los und dann beschäftigt sich dein ganzes Team den halben Tag mit solchen Themen, anstatt verkaufen zu gehen. Und verkauft aber wiederum nicht, weil sie halt eigentlich emotional gerade befangen sind mit anderen Themen, die sie beschäftigen, anstatt dass sie sich auf den Kunden fokussieren. Also es bringt halt schon, es bringt einen Rattenschwanz an Dingen, die oft übersehen werden, die auch richtig viel Geld kosten, weil es haut dich einfach komplett nach hinten, wenn du ein Fehlhai einfach hast, egal in welche Richtung einfach. Hast du einen Tipp, wo man da, wie man da vielleicht noch stärker reingehen kann? Weil ich hätte jetzt gesagt, also wir haben wirklich sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche geführt und ich glaube, dass selbst in zehn Jahren, wenn ich an der gleichen Position sitze, mit mehr Erfahrung, ich mich nicht davon freisprechen würde, teilweise Fehlentscheidungen zu treffen, weil es absolut menschlich ist. Ich würde viel stärker auf Meinung von anderen, auf Feedback von anderen setzen. Ich würde stärker auch die Leute, ja, also ich sage mal, in die, wir nennen es manchmal Probetag, Schnuppertag, einfach mal, also dass man da auch einen Eindruck bekommt und je wichtiger die Stelle ist, das Hiring ist für das Unternehmen, desto wichtiger finde ich auch, dass du noch stärker reinzoomst und guckst, ist das wirklich die Person, das Level, was wir wirklich suchen und bringt die Person das Level mit, was sie auch selber erzählt, was sie mitbringt. Was meinst du, wie ist deine Meinung? Dazu gibt es da zwei, drei Killer-Fragen. Ja, also, ja, definitiv. Also, ich muss schon sagen, wir scheitern ja auch im HR-Prozess an den Basics. Leider. Warum? Weil, ich will jetzt nicht auf den Gründen so viel rumhaken, aber die kommen halt auch nicht aus dem HR. Das heißt, das ist auch nichts so, was man auch so nebenbei mal macht. Also, ich finde, Sales und HR sind sehr vergleichbar, weil beim einen verkaufst du einen Kunden, beim anderen halt an Kandidaten, aber es ist jetzt vom Prinzip, vom Funnel, von allem sehr, sehr ähnlich. Und das hat aber auch halt niemand gelernt, ja, und auch da wird sehr viel aus dem Bauch heraus geheiert. Also, was ich da jedem wirklich nur empfehlen kann und egal in welcher Rolle, jetzt sozusagen, erstens, was ich zum Beispiel immer frage, ist, warum hast du dich jetzt wirklich dezidiert für uns beworben? Weil ich herausfinden will, brennt der für das Thema und die Vision? Weil das zum Beispiel kann man niemandem beibringen. Ich kann jemandem Skills beibringen, aber dass jemand brennt, und ihr wisst, wie das ist, wenn man für eine Sache brennt, verkauft er doppelt so gut, wie wenn er das nur nett findet. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, dieses innere Feuer versuche ich rauszukitzeln. Das Zweite, was ich auch immer mache, ist zu fragen, okay, wo willst du dich hin entwickeln? Wenn ich da zum Beispiel schon höre, naja, eigentlich bewirbt er sich jetzt als AE, aber eigentlich will er Head of Sales werden und er nimmt das jetzt nur so als Sprungbrett, dann wird er niemals für diese Stelle brennen, sondern er wird das nur tun, um zum nächsten Schritt zu kommen. Das sind auch schon so Sachen, die kann man raushören. Finde ich nicht so gut. Habe ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich will jemanden, der jetzt für diese Stelle brennt. Und nicht, also der kann auch schon in Zukunft dorthin wollen, aber wenn ich schon merke, das kippt, das ist zu viel, oder zum Beispiel die Storyline ist nicht schlüssig, warum man jetzt genau für diese Position der nächste Schritt ist, da habe ich dann schon so, da schlagt mein Bauchgefühl an. Was ich super wichtig finde auf jeden Fall und jedem mitgeben will, macht es bitte irgendeine Art von Test, ja, macht es einen Cold-Call-Test, ein E-Mail-Script sollen sie schreiben, die sollen einen Pitch machen, wenn es eine E ist, whatsoever, ja, also man kann sich für alles irgendwas überlegen und da vielleicht, da habe ich auch letztens irgendwo einen Tipp gelesen, den fand ich echt cool, man, es ist immer schwieriger, ein fremdes Unternehmen zu pitchen, das man nicht kennt, ja, also zum Beispiel jetzt zu sagen, hey, pitch unsere Company, aber lasst doch einfach die Leute pitchen in dem Unternehmen, in dem sie jetzt gerade sind, weil das können sie, sie kennen ihre Zielgruppe, sie haben den Pitch und daran sehe ich halt die Echtheit, ja, ich finde halt immer, diese Echtheit ist wichtig und dahingehend, das wäre vielleicht so mein Tipp, den ich letztens auch irgendwo aufgeschnappt habe, wo ich mir gedacht habe, ja, das stimmt eigentlich, eigentlich kompletter Schwachsinn, die irgendwas anderes pitchen zu lassen, wo sie sich eh noch nicht reinfühlen können, wo ihnen die Infos fehlen, da fehlt halt mir natürlich wieder dann, das kann man dann gar nicht so gut bewerten, finde ich. Und eine Sache ist mir vorher noch eingefallen, ah ja, genau, da ist auch ein guter Tipp, von Björn habe ich den, der hat auch immer gesagt, ihr müsst die Coachability checken, also, und das stimmt, das Schlimmste sind ja die Seller, die dir sagen, wo du halt eben versuchst, sie weiterzubringen, die schon alles wissen, machen, die können alles, die wissen alles, die haben das schon mal gemacht. Ja, genau, na, das wird da eh nicht funktionieren, das habe ich schon gemacht, ja, das sind so die, meine Horrorvorstellungen immer, weil, wie willst du die entwickeln? Und Björn hat mir den Tipp gegeben, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobieren können, weil das eigentlich gar nicht so lange her ist, dass man zum Beispiel eben den Pitchen lässt und dann gibt man Feedback und dann lässt man quasi nochmal Pitchen, um zu sehen, kann der das anwenden, was du mir jetzt als Feedback gegeben hast. Das fand ich super spannend. Das heißt, du lässt sein Produkt, seine Lösung im Prinzip pitchen, in der er vertraut ist, dann gibst du Feedback und dann lässt das Ganze quasi nochmal von neu beginnen und sagst, okay, jetzt nimm das Feedback, also quasi, wie setzt du dein Feedback um, pitch nochmal. Genau. Fand ich auch sehr spannend. Also, mega unterschätzter Punkt, hundertprozentig bei allen Recruitings, so, weil viele sagen, ja gut, wenn er denn gut ist, dann nimm ihn doch, aber, der bringt auch so viel Unruhe, kann diese Person in ein Team reinbringen und du musst immer fragen, was für eine Werte vertrittst du als Unternehmen, was für eine Kultur willst du repräsentieren und wir fragen zum Beispiel mal, was war, also wann hast du das letzte Mal etwas gelernt, also da ist ja auch schon manchmal, manche Leute, die nennen da Punkte, wo du sagst, echt cool und manche, da merkst du richtig, die sind gar nicht in diesem Lernmodus drin, die haben gar nicht dieses Mindset, die müssen richtig, richtig nachdenken und anhand des Beispiels siehst du manchmal auch schon, okay, mit Lernen hat das nicht so viel zu tun und vielleicht machen manchmal auch schon ganz schön viel raus. Ja, da auch vielleicht noch ein Tipp von mir, auch eine Frage, die ich stelle, wie bildest du dich selber weiter, weil ich will doch nicht, dass der nur das sieht und wartet, dass ich ihm die nächste Weiterbildung zahle, ja, ist meine Aufgabe, aber ich glaube tatsächlich, die besten Seller und das beweist sich eigentlich immer wieder, sind die, die eigenständig Sales-Bücher lesen, Sales-Podcasts hören, wirklich auch schauen, dass sie in dem Ding weiterkommen wollen und das bewahrheitet sich zu 100 Prozent, egal wo ich reinschaue. Ja, also bin ich bei dir und um das abzurunden, im besten Fall hören sie natürlich nicht irgendeinen Podcast, sondern den Sales-Circle-Podcast. Cool, Stefanie, in Anbetracht der Zeit, komm, wir hatten schon schlechtere, Robin, in Anbetracht der Zeit, stellen wir dir so, wie ich denn, Wobei, jetzt grete ich noch mal rein, Stefanie, du hast auch Growth Mastery, da bist du, da roastest du auch ein paar Founder immer, ne? Also, ich habe, ja, irgendwie mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auf LinkedIn mache ich manchmal so Script-Roastings mit SDR of Germany in Kooperation und ich mache das immer wieder gerne in verschiedensten Formaten, auch mit A1 Startup Campus bei uns in Wien. Ich mache sowas halt einfach gern. Also, es bringt halt sehr schnell einen Mehrwert, es kostet mich nicht viel Zeit, ich mache das for free, einfach um auch ein bisschen, ja, Denkanstöße zu geben, darüber nachzudenken, ob man da nicht vielleicht wirklich fundamental mal ein bisschen ein Training machen will, damit es schneller besser wird. Sehr cool, aber ist auch, meine ich, per Video verfügbar, kann ich mir anschauen. Richtig? Ja, die Sessions von LinkedIn, die zeichnet SDRs of Germany immer auf und die sind dann in der Community zugänglich, ja. Ja, top, also da, nicht nur Empfehlung unserem Podcast, natürlich unserem, aber auch gerne da mal reinschauen, wirklich gut. Ja, sehr gerne. Also, ich arbeite jetzt auch an meinem ersten selber LinkedIn Live Format, aber was es wird, kann ich noch nicht sagen, da müsst ihr euch dann überraschen lassen. Okay, gut gerettet, Robin, sehr gut, sehr gut reingegrätscht. Stefanie, kommen wir zum Abschluss zurück. Du kriegst von uns, so wie jeder andere Gast auch, fünf Fragen gestellt. Okay. Und wir sind sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Die erste Frage, wann hast du wissentlich das erste Mal etwas verkauft? Ziemlich sicher schon sehr früh, weil ich ja so ein Marketing-Kind war und ich habe ziemlich sicher meiner Mama schon früher irgendwie versucht, immer irgendwas zu verkaufen, was ich halt will quasi. Aber so wirklich wissentlich, sicherlich in meinem ersten Job, wo ich das erste Mal so in Sales ein bisschen reingeschnuppert habe, schon sehr lange her. Bei der Goldbach Media war das damals. Also da so wissentlich ja wirklich jemandem was verkauft. Okay, was war es? Das war damals, wow, die good old Banner-Werbung, also wirklich Banner, ja, das war damals halt voll und wog, ist schon echt lange her und wir haben halt Banner-Werbung verkauft. Sehr gut. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, wäre verrückt. Ja, so ändert sich die Zielgruppe auch ein Stück weit, ja. Ein wenig. Zweite Frage, was bedeutet für dich Sales? Ich würde noch immer sagen, human to human, das ist für mich Sales. Es geht darum, mit Menschen sich auszutauschen, richtig gut zu kommunizieren und am Ende des Tages zu schauen, kann ich diesen Menschen weiterhelfen und wenn ich es nicht kann, so ehrlich zu sein und auch zu sagen, ich bin es nicht. Das ist für mich wahrer Sales. Ja, also mega wichtig, gerade eben auch zu sagen, hey, wenn es halt nicht passt, dann ist es halt so. Ja. Ist auch mal in Ordnung, ja. Ja, ist auch mal in Ordnung. Man kann auch nicht jeden Kunden gewinnen. Ich glaube, das ist immer super wichtig, ja. Das ist so. Du kannst nicht jeden gewinnen. Das geht nicht. Was war deine größte Lernerfahrung bisher in deiner Karriere? Also, bei 20 Jahren habe ich echt schon ein paar Jährchen am Buckel, kann man sagen. Da waren einige Lernkurven. Ich würde sagen, die krasseste, was sicherlich, ich weiß nicht, also ich gebe euch zwei, weil ich mich nicht entscheiden kann. Erste war auf jeden Fall mein erster Startup, weil du im Startup halt ganz anders wächst. Das ist wirklich verrückt. Also, ich dachte schon vor, ich habe viel gearbeitet und auch wirklich viel gelernt, aber im Startup musst du halt einfach so out of the box down denken und dich so viel bewegen. Das ist schon echt krass nochmal, also vor allem nach zwölf Jahren Corporate, wo ich war. Und die zweite, wirklich krasse Lernkurve, die mich aber auch echt ausgenockt hat, war, wie ich das Metier gewechselt habe, denn ich bin einmal kurz ein Jahr lang abgedriftet in die Softwareentwicklung und habe Softwareentwicklungsprojekte verkauft und das war freaky. Also, ich habe vorher nichts gewusst von DevOps und also wirklich so krasse Themen, Security eingetaucht in so auch krasse Begrifflichkeiten. Das war eine komplett andere Welt und ich glaube, so eine wirklich Orgelernkurve hatte ich vorher definitiv noch nie. Allein die Erfahrungen, also nur von dem, was du jetzt erzählt hast, allein die Erfahrungen sind wahrscheinlich eine gesonderte Folge wert, ja. Ja, wahrscheinlich. Welche Tipps hast du für erfolgreichen Vertrieb? Boah, da brauchen wir noch eine ganze Folge, oder? Können wir so ein Bestand machen. Also, ich besinne mich mal auf wirklich das Essentielle, und das ist für mich noch immer, was mich sehr weit getragen hat, pure Ehrlichkeit. Auch wenn es nicht zu meinem Vorteil war. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns halt auch ganz stark von diesem Image hoffentlich endlich verabschieden können, das wir im Sales haben. Das ist so meine Vision auch. Ich versuche auch wirklich nur ehrenhaften Sales, ja, meinen Leuten, die zu mir ins Training kommen, beizubringen, wo man wirklich stolz sein kann, dass man im Sales ist. Und deswegen ist noch immer mein Tipp, meinst du es ehrlich, habt auch ehrliches Interesse am Gegenüber, das spüren die sofort. Es macht einen totalen Unterschied, ob ich eine Liste einfach abtelefoniere, oder ob ich mir denke, okay, wer ist das? Und ich schaue mir dann das wirklich an, ich schaue mir wirklich die Person an, und denke mir, okay, das könnte echt passen, weil ich habe das und das rausgefunden, und rufe ich den an und sage, hey, ich habe jetzt gesehen, das und das und das, und genau deswegen rufe ich dich heute an. Das spürt die andere Person, als wenn ich einfach 0815 Sachen mache. Und auch diese 0815 Massenaussendungen, das braucht einfach kein Mensch. Und das macht es für mich halt auch so aus, also seid es einfach wirklich ehrlich interessiert am Gegenüber, dann, glaube ich, kann das auch unserem Image nur gut tun. Sehr schön. Und die letzte Frage für heute, was war der schlechteste Sales-Tipp, den du je bekommen hast? Oh Gott. Das Lustige ist, mir gibt ja keiner Tipps, ja. Also, ich finde, also ich sauge mir das auch aus irgendwelchen, klar, ich höre mir auch Podcasts an, zum Beispiel euren, aber auch zum Beispiel Deal vom Hirschi Sikler und so. Also, ich konsumiere auch ganz viele Sachen, wo ich mir halt noch immer Sachen rausziehe. Tatsächlich bekomme ich wirklich selten schlechte Tipps. Ne, fällt mir auch echt keiner ein. Muss ich echt mal drüber nachdenken. Da habt ihr mir jetzt eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Aber wenn mir einer einfällt, schreibe ich ihn euch. Aber das ist doch gut. Also, sprich für dein Umfeld. Ja, absolut. Ich bin auch Gott sei Dank nur in wirklich so einem großartigen Umfeld. Also, ich sehe viele schlechte Sales-Tipps auf LinkedIn, ja. Aber ich habe ehrlicherweise mir angewöhnt, es zu ignorieren, weil jeder macht seinen Weg. Jeder Tipp ist okay. Weil jeder seine anderen Erfahrungen macht, ja. Und ich könnte wahrscheinlich unter sehr vieles drunter schreiben, Leute, completely bullshit, ja. Aber das bringt es gar nicht, ja. Ich glaube, jeder wird da, wo er jetzt steht, versuchen, aufs nächste Level zu kommen und manche fangen halt unten an und das ist okay und manche kommen halt dann irgendwann oben an, wo man halt anscheinend, wie ich, keine schlechten Sales-Tipps mehr kriegt. Das ist gut. Ja. Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir haben wirklich, obwohl wir 30 Minuten gesagt haben, Aufnahme haben wir wirklich die 59 vollgekriegt jetzt und gleich die Stunde. Ja, inklusive Lukas seinem Blackout sind wir dann wieder bei unter einer Stunde. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich eingrätschen im Vorgespräch, alle die uns gerade hören. Was habe ich gesagt? Wie lange nehmen wir auf? Was habe ich zu Stefanie gesagt? Ja, hast du recht. Danke. Hast du recht. Danke. Na gut. Ja, ich bedanke mich noch mal recht herzlich bei dir, Stefanie. hat super viel Spaß gemacht. War echt eine Top oder ist eine Top-Folge geworden. Vielen Dank für deine Insights, für deine Ansichten und die Tradition gebührt es bei uns, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Deswegen würde ich jetzt nochmal an dich übergeben. Ich danke euch auf jeden Fall. Also mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass sehr viele, die uns heute zugehört haben, für sich auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp mit rausziehen können, egal ob Head of Sales oder SDR oder AE. Wir sind alle ein Team und ja, wünsche euch damit auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den Tipps in der Umsetzung und wenn ihr noch mehr braucht, könnt ihr mir gerne auf LinkedIn folgen. Da gibt es auch jeden Tag noch mehr Tipps von meiner Seite. Das war unsere aktuelle Folge. Wenn dir die gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und folge uns auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt und vergiss nicht, bei Spotify die Glocke zu aktivieren und falls du Bock hast, uns auf weiteren Social Media Kanälen zu folgen, dann schau doch mal in die Shownotes, da wirst du fündig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.